Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Ja, und zwar sind das alles jetzt von den Freunden. Also besser gesagt mit Leuten, mit denen ich schon mal gespielt habe. Und ich bin gespannt, wie wir uns schlagen. Also, ich weiß, dass sie ziemlich gut sind. Deutlich besser als ich. Aber, naja, wir werden sehen. Zumindest hoffe ich, dass das die Leute sind. Ich weiß gar nicht. Ich hatte das Gefühl, die sahen von so anders aus. Wir werden sehen. Naja, aber es ist ja auch erstmal egal. Hauptsache, wir überleben mal wieder. Das wäre mal eine schöne Strategie, nachdem ich in den letzten paar Folgen etwas geschwächelt habe. Sowohl als Killer, als auch als... Na okay, Killer war ich noch nicht gut. Aber, wäre schön, wenn wir mal wieder überleben und nicht so Pech haben. Und in den letzten Sekunden noch drauf gehen. Wäre schon praktisch. So, ich spiele heute wieder mit Controller. In der Hoffnung, dass ich mich wieder recht gut anstelle. So, da sind wir auch schon in der Nähe des widerlichen Schlachthauses. Oder dort, wo sich das widerliche Schlachthaus befindet. Oh, okay. Okay, bei mir ist noch nicht alles so richtig schön geladen. Das Problem ist bei mir, das wurde hier völlig geladen. Jetzt kommt's. Okay. So, jetzt haben wir schon mal eine Karte. Eine Begrenzung, teilweise. Das ist strange. Oh Gott, bin ich erschrocken. Ja okay, hier wird wahrscheinlich ein Ding sein. Oh mein Gott, bin ich weggemerkt. Ja okay, das sind all meine Freunde. Meine lieben Freunde der... Die sind auf jeden Fall mega gut. Ich habe mit denen schon wirklich öfters gespielt und sehr, sehr gute Spiele. Also Hut ab vor den Leuten. Okay, der Killer war dumm. Ach, ne, so muss ich nicht... Ne, weil die sind, ähm, besonders... Also die sind halt immer mit der S-Zusammenarbeit. Und bei denen weiß ich auch, dass die wirklich, äh, darauf sehr pochen. Dass wir uns gegenseitig helfen. Das finde ich sehr schön und das hat mir halt... Ich weiß halt nicht, ob es jetzt safe ist, Google zu rennen. Okay, der eine wurde geschlagen. Okay. Äh, geht das nicht. Okay. Ist ja zentral halt. Ist er ihm wieder hinterher gelaufen? Es ist halt blöd, wenn ich jetzt alle Generatoren irgendwie auf eine gewisse Art und Weise anfange, aber mich beimpfen kann. Ich würde mich gerne über ein bisschen Hilfe freuen. Ich glaube, wir sind zu zweit. Ich weiß es aber gerade nicht. Ja, wir sind zu zweit. Oder? Glaubt nicht? Das kann auch getäuscht. Ich glaube, es ist getäuscht. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder hinten hinkommt. Vermutlich schon. Okay, wir müssen noch drei Generatoren machen. Aber ich muss sagen, es hinkt noch keiner auf den Haken. Unsere Chancen stehen super. Boah, voll der Nebel jetzt. Nebelschwale jetzt vor mir hier. Was will ich denn jetzt halt auch? Das ist halt hier auch leicht. Boah, ey, der ist mega Nebel, ey. Der kann es einfach so in Nebel gehen. Oh Gott, ist... Ist eigentlich versteckt. Also me. Oh, do you know that? So... Oh, das war... Das war sinnvoll. Habe ich gehört. Leute, macht ihr auch was? Ach, hi! Schön. Ich freue mich, euch zu sehen. Oder dich zu sehen. Das ist nicht, wie es schon ist. Nein! Oh Gott! Ich gucke ab. Auf. Nein! Oh nein, nein, nein! Oh nein! Natürlich bin ich diejenige. Ah, scheiße! Voll geschrien, voll geschrien, voll geschrien, ey. Besonders wäre das mit Zocken, ey. Ganz ehrlich, rügelen ist doch viel schöner. So! Begrünt euch. Oh, mach. Es war mirhaps PHP denen. Oh. Was. Oh. 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 Ohzo. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Okay, ich bin gerade mega angesprungen, wenn ich mir immer denke so, alter, 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 alter. So, sie merkt auf und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einmal überleben. So, die Schuhe. Ja, das ist gleich gut. Super! So, hier wurde nochmal jemand geschlagen. Super! Also, so zumindest, ich habe jetzt überlebt. Wir können ja noch ganz schnell schauen, wie es bei den anderen aussieht. Sie ist jetzt hier noch neben links. Hier heilt sich noch jemand. Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch einen Generator zusätzlich gemacht hat, um halt noch mehr Punkte abzuholen. Ich weiß gar nicht, was es im Block ist, aber wahrscheinlich, dass er sich schneller heilen kann. Ist er schneller ausfallen? Oh, siehe ich weiß gerade nicht. Ich denke, sie ist immer so höher. Die Vormannung ausgeschlagen. Sie sind mir wahrscheinlich auch sicher. Sie sind mir wahrscheinlich auch sicher. Oh, der hat er gar nicht gesehen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Lauf, 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 lauf! Aber hier, sieh, 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 Felix mal. Oh, ich hoffe es einfach nicht. Ist ja so blöd, wenn sie jetzt noch getroffen werden, oder so. Also jetzt so richtig gemäßig. Oh, Mann, schnell. Lauf, 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 lauf! Nein! Das darf doch jetzt nicht mehr aussehen. Oh, Mann! Super, dann dachte er wegen nochmal. Oh, schade. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt überlebt auch. Also sie wird es nicht schaffen, sich frei zu bewegen. Ich habe ja schon gesagt, allerdings ist es... Also ich will es aber so auf Englisch nicht glauben. Das schreie ich ja auch einfach aus. Okay, sie sind natürlich jetzt klug. Sie laufen einfach zum anderen Tor. Ich hoffe zumindest, dass sie sich nochmal schnell heilen lässt. Sie werden maximal erwarten sich hier drin und er hat sich vielleicht besser. Ja, sag ich doch. Ich hab jetzt rumgedingst und... Ja, sie wollen immer noch so ein bisschen was... Oh mein Gott, war das knapp, glaub ich. Sorry, ich hab genau in dem Moment rumgeswitcht. Ja, ich würd sagen, das soll doch mal wieder ein bisschen mehr... Ich glaub, ich bin's noch die Schlechteste gewesen, aber ich muss sagen, ich bin auch vom Rang die Schlechteste. Also ist das vergrabbar. Und ja, ich würd sagen, wir sehen uns dann mal in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss! Ja, ich würd sagen, wir sehen uns dann... Ja, ich würd sagen, wir sehen uns dann... Ja, ich würd sagen, wir sehen uns dann... Ja, ich würd sagen, wir sehen uns dann...